willkommen auf meinem kanal ich möchte dir heute hier diesen mercedes aktros holmer vorstellen ist ein sehr schönes modell man kann hier zum beispiel kann ich den mit der taste z hier so retour fahren und zuvor fahren wieder aber zum anhängen war man den hier mit der taste x so retour die hintere achse und die so ein schwarz teil und drunter egal jetzt erst mal so dann fahren wir wieder rauf dann kann man hier weiß nicht warum das jetzt nicht komplett geht vielleicht weil ich hinten jetzt kein schienwagen oder was dran stehen habe da sieht man jetzt fährt er normal durch sollte ihn normal so retour fahren können dass man den hinten auf dem schienwagen raub fällen kann er hat hier einige futures wie man hier sieht vorne also blitz lichter rund um leuchten und alles das ist jetzt alles hier mit dem numbit 0 hier kann man das ein und ausblenden jetzt mit der taste 6 kann ich hier den bullenfänger weg tun mit der taste j kann ich hier die blitze hier weg tun wie man sieht mit der taste 8 hier kann ich hier vorne noch eine koppelung das hier so einblenden und schwer laster dann kann man mit der taste 8 hier die blaulicht weg tun mit der taste 9 hier die markierung an der seite was bei spiegel auch ist das eigentlich war es soweit jetzt schauen wir uns innen drin mal um dann sehen wir hier die spiegel hier funktionieren navi ist auch eingeblendet jetzt schalten wir mal hier was hier alles beleuchtet ist nein es ist leider so hier innen drin nix extra beleuchtet lenkrad ist animiert ist aber mein geschmack saftlos von also mein deswegen saftlos von der farbe her dann schauen wir hier mal die blinker funktionieren rückfallicht funktioniert auch bremslicht rückfalllicht dann zum normal licht ein bisschen raus nummernschildbeleuchtung hat er keine er hat hier hinten noch eine hängkupplung für den schienenhänger wie wir erwähnt haben die vordere achse die vordere zwei achsen lenken mit und die hintere auch s 84 kmh sind eingetragen wir geben jetzt denn mal gas und schauen wir mal also im grün betrunken 6 ist vorne zusätzlich noch von hinten ist die 5 so jetzt haben wir 80 kmh drauf ja also sogar wenn er leer ist also muss man auffassen bei denen sonst fällt er um fahrwerk hier vor sieht man hier das ist richtig gut animiert hier von dem untergrund wir schauen das ist ein bisschen schwer so zu fahren hier fahren wir mal mit dem matsch durch also dreckig so hell die reifen werden da so dreckig aber gut was ist das für ein kurses hier sehe ich nur hier das ach doch hier sieht das auch hier bei der felge so her irgendwas stimmt da nicht irgendwas ist da dran bei denen dass da so irgend schwarz läuft so so dann schauen wir mal hier die lok so her ist ja sauber die reifen die werden nicht so dreckig wie man hier sieht und zyraus auch nicht spuren und weg da auch so jetzt im shop angekommen hier der aktros mp4 agra 8x8 steht da ok bei tiran der kostet 299 650 euro 84 kmh soll schnell sein 1210 liter tankvolumen 440 ps und 324 kW und 450 euro unterhalt die ganze hier nicht optimieren wie du siehst ja wenn dir das video gefallen hat dann schaust wieder rein würde mich natürlich freuen hiermit sage ich servus grüß euch euer franz kurz